Jan Gehring wird uns die Serverorchestrierung mit REX vorstellen. Viel Spaß. Dankeschön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Jan Gehring. Ich arbeite bei der Inno-REX GmbH als Architekt. Mein Hauptaufgabengebiet befasst sich damit das Design, den Aufwohn und Betrieb von größeren Serverlandschaften, hauptsächlich im Web- und im Mailumfeld. Mit Linux arbeite ich so, oder bin ich als erstes in Kontakt gekommen, so um 1997 rum. Und irgendjemand hat mal zu mir gesagt, Jan, mein ist erst ein richtiger Mann, wenn man einen GitHub- und einen Twitter-Account hat. Also habe ich mir einen zugelegt. Die Präsentation heißt Serverorchestrierung. Was ist denn jetzt eigentlich überhaupt Orchestrierung? Ich habe mir das mal bei Wikipedia angeschaut und die haben gemeint, Orchestrierung ist Instrumentarisierung. und genau bedeuten tut es das. Jetzt bin ich allerdings kein Musiker, aber die Verbindung zwischen Komposition und Verteilung von Stimmen, die habe ich so einigermaßen hinbekommen. Das heißt, man hat wohl eine zentrale Stelle, die dafür zuständig ist, weitere Systeme zu steuern. Rex an sich, der Name, denke ich mal, ist den wenigsten hier bekannt, steht für Remote Execution. An sich ist das ein regulärer Ausdruck, der bedeutet auch, kann auch lokal ausgeführt werden. Hinterrex an sich ist keine Firma. Das Ganze ist ein Open-Source-Community-Projekt, was seit 2010 besteht und entwickelt wird. Das Interessante daran ist, es gibt einfach keinen Marketing-Zeitdruck. Es ist keine, wie gesagt, keine Firma hinten dran, die sagt, wir wollen jetzt aber unbedingt das und das Feature drin haben, weil das der Markt gerade will. Support gibt es dementsprechend auch größtenteils eigentlich durch die Community. Es gibt aber auch Firmen und verschiedene Freelancer, die halt zum Beispiel auch in der Community aktiv sind, die einem neue Features dazu bauen können, die einem Bugs fixen können, falls das nicht schnell genug in der Community an sich läuft, wobei das meistens sehr schnell ist. An sich ist die Code-Basis mittlerweile 20.000 Zeilen lang, was noch relativ übersichtlich ist und die hat sich auch in den letzten Monaten auf dieser Ebene so eingependelt. Das heißt, der Basiscode an sich wird auch nicht mehr groß weiter wachsen. Das heißt, er stabilisiert sich jetzt immer mehr und neue Funktionen kommen eigentlich durch Module dazu, weil mittlerweile ist es die Infrastruktur so, dass man das ganze Rex auch durch externe Module erweitern kann. Interessanterweise fand ich ganz nett, wir haben das Projekt mal bei dieser Initiative Mittelstand angemeldet und sind tatsächlich unter die Best-of 2013 gekommen. Fragt mich nicht, wie die Auswahlkriterien waren, es ist aber ein ganz nettes Gimmick. Auf der Konferenz wird sehr viel gesprochen über Python und über Ruby, aber Perl 5 ist auch immer noch im Linux- und im Unix-Bereich sehr stark vertreten. Rex an sich ist in Perl 5 geschrieben und die Module und die Rezepte, die man damit schreibt, die sind auch in Perl 5 schreibt man dir. Also das muss man keine spezielle eigene DSL lernen oder sowas, sondern das ist alles in Perl 5 geschrieben. Wer dieses Spiel spielt, sollte jetzt ein bisschen die Ohren spitzen, denn jetzt kommen unter Umständen ein paar Passworts, da kann er seinen Passwortzettel schön in den Haken setzen. Was man mit Rex machen kann, ist zum einen mal Configuration Management. Das Ganze kann statische Dateien auf die Server legen, es kann mit Templates umgehen, man kann auch Augeas verwenden, wenn man Fan von sowas ist. Mit Rex kann man Software-Deployments machen. Man kann, je nachdem, was für ein Deployment man macht, es sieht in jeder Firma irgendwie anders aus. Manche präferieren gerne Deployments über irgendwelche Git-Mechanismen, manche machen die Deployments über Pakete, lassen sich von der Entwicklungsabteilung ein Target-Set, ein Debian-Paket oder ein RPM-Paket bauen. Manche andere setzen Tomcat ein oder verschiedene andere Application-Server, kann man alles damit machen, gibt es Module dazu. Man kann mit Rex verschiedene Cloud-Anbieter managen. Drei Stück sind da mittlerweile integriert, das eine ist Amazon, dann Open Nebula, da komme ich später noch mal näher drauf zu sprechen, und Jiffybox, das ist ein deutscher Cloud-Provider, der in München, glaube ich, sitzt. Heutzutage spricht man sehr viel von DevOps und Continuous Delivery. Kann man mit Rex genauso machen, also kann man mit Rex machen. Viele machen das so, dass die Entwickler bekommen in ihrem Repo ein sogenanntes Rex-File, komme ich später noch dazu, mit reingelegt, da können die dann beschreiben, wie ihre Infrastruktur auszusehen hat und diese gleiche Datei kann dann Operations auch dazu nehmen, um die Live-Umgebung aufzubauen. Das ganze Ding hat auch eine Jenkins-Integration für zum Beispiel das Bauen von Paketen oder das Ausrollen von den Paketen auf die verschiedenen Umgebungen, die man hat. Das kann dann auch entsprechend Jenkins-kompatiblen Output bauen, also so ein J-Unit-Output-Format, wo man dann genau sehen kann im Jenkins, welcher Schritt vom Deployment ist jetzt fehlgeschlagen. An sich bin ich ein recht fauler Mensch und das ist das, was mich dann am meisten interessiert an dem ganzen Rex, ist die Automatisierung, weil irgendjemand hat mal zu mir gesagt, wenn ich irgendwas mache, was ich öfters machen muss, dann automatisierst, dann vergisst du nicht, was du beim letzten Mal alles hast machen müssen. Ich weiß nicht, wer diese Situation kennt, ich kenne sie ganz gut, ich dürfte in der Schule ab und zu mal öfters was schreiben, wie zum Beispiel, ich darf hinter dem Rücken meines Lehrers kein Kasperlis-Theater treiben, das habe ich mir merken können. Deswegen mag ich auch keine Wiederholungen. Deswegen gibt es das Modules rexify.org, das ist ein Community-Server, wo die Community-Rezepte oder Module hochladen kann und jeder kann sie dann auch verwenden, nachdem man erst mal schaut, ob sie auch tatsächlich in seine Umgebung reinpasst. Rex an sich läuft über SSH, immer noch das Admin-Tool Nummer 1, das hat jeder und ist auch überall drauf. Rex braucht einfach einen User und ein Passwort oder ein Private Key und ein Public Key und kann sich da dann einloggen. Das Ganze läuft über Sudo, wenn man Sudo machen will, man kann sich aber auch als Root einloggen. Rex an sich ist kein Hausbesetzer-Tool, das heißt, wenn man andere Tools schon hat, die vielleicht ähnliche Dinge machen, wie zum Beispiel ein Puppet, kann man Rex damit genauso gut auch zusammenverwenden. Man sollte natürlich dabei aufpassen, dass man jetzt nicht eine Datei mit Rex verwaltet und eine Datei, die gleiche Datei mit Puppet, weil sonst kommen die sich natürlich ins Gehege. Ich habe vorhin schon mal den Namen Rexfile erwähnt. Bei Make ist es das Makefile, bei Rex das Rexfile, bei Capistrano das Capfile, bei Fabric das Sepfile und da hat jeder so seine eigenen Dateien entworfen, weil es einfach hip und cool ist. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, schön, jetzt habe ich da einen Editor und ich hätte gern Syntax-Highlighting, aber mit Rexfile kann kein Editor was anfangen. So würde das Ganze im WIM aussehen, damit auch direkt das Highlighting kommt. Rex an sich ist Task-basiert. Was heißt das? Man erstellt in seinem Rexfile gewisse Tasks, also gewisse Schritte, die nötig sind, um ein System zu deployen, um Software zu deployen. Und Rex fängt dann an, generiert sich erstmal eine Serverliste, wo jetzt dieser spezielle Task, den man ausführen will, ausgeführt werden soll, lockt sich auf die Server ein, führt den Task aus, lockt sich aus, schaut, ist noch ein weiterer Server da, wo ich mich jetzt noch einloggen muss und macht es dann entsprechend, bis es seine ganzen Sachen abgearbeitet hat. Das Ganze kann es auch parallel abarbeiten. Das Ganze kann auch ein bisschen komplizierter aussehen, zum Beispiel, wenn ich ein MySQL Master Slave Setup habe und vielleicht noch eine CMDB mit drin habe, dann kann man sich auf dem MySQL Server einloggen oder auf dem neuen Blech, was man da hat, kann dann anhand von der CMDB entscheiden, bin ich jetzt Master oder soll ich Slave werden? Wenn ich ein Master werde, wird halt entsprechend MySQL installiert, wird konfiguriert, fertig. Bin ich ein Slave, wird ja entsprechend MySQL installiert, wird konfiguriert. Dann muss man natürlich schauen, auf welcher Bindlock Position ist jetzt gerade mein Master. Kann man sich parallel dazu beim Master einloggen, kann sich da die Bindlock Position ziehen und kann entsprechend dann die Replikation einrichten. So, dann kommen wir mal zum Aufbau. Ich habe recht viel Code, ich hoffe, das können alle sehen. Falls nicht, die Präsentation gibt es ja dann zum Download bei NetWays. Da kann man es dann nochmal nachlesen, aber ich hoffe, das ist alles groß genug. Ein REX-File an sich sieht so aus, es wird erstmal ein Use-REX gemacht, wie gesagt, das ist alles Perl-Code, mit einem gewissen Feature-Flag, also REX bringt Feature-Flags mit. Was ist ein Feature-Flag? REX, die Philosophie dahinter ist, es soll so viel wie möglich abwärtskompatibel sein. Also ich habe keine Lust, wenn ich irgendwas programmiert habe und ich installiere eine neue Version von dem Tool, von REX, dass ich dann meine ganzen Skripte anpassen muss. Wie gesagt, ich bin faul, das will ich nicht. Und bei REX achtet darauf, dass es keine Rückwärtskompatibilität bricht. Es kann aber natürlich immer vorkommen, dass wenn ein neues Feature dazukommt, dass es die Rückwärtskompatibilität bricht. Und damit das aber standardmäßig nicht passiert, gibt es sogenannte Feature-Flags und dann wird dieses neue Feature erst aktiviert, wenn man ein spezielles Feature-Flag setzt. Man kann auch spezielle Feature-Flags setzen, die zum Beispiel jetzt hier besagen, zieh mir einfach alle neuen Features rein, die seit Version 40 dazugekommen sind. Dieses USREX sollte man immer reinschreiben, weil je nachdem, in was für eine IDE, wenn man in einer IDE arbeitet zum Beispiel, in Eclipse, damit das, nicht das Syntax-Highlighting, sondern die Korrektur richtig funktioniert, sonst kringelt der immer einem da diese ganzen Funktionsaufrufe an, weil das Eclipse dann nicht kennt. Was man dann definiert, sind halt die Zugänge, wie man auf das System draufkommt, User-Uns-Passwort. Wie gesagt, man kann auch über Private-Key und Public-Key sich authentifizieren, hat der Key ein Passwort, gibt man das genauso auch über diese Passwort-Funktion an und dann kann man schon anfangen, sich einen Task zu erstellen. Der Task wird erstellt über die Task-Funktion, da gibt man einen Namen mit und gibt dann noch in der Liste mit, auf welchen Servern der Task ausgeführt werden soll und innerhalb des Task wird dann beschrieben, was denn genau gemacht werden soll. Hier wird zum Beispiel ein NTP installiert und es wird noch eine Datei hochgeladen, die von einer bestimmten lokalen Datei aus kommt. Rex an sich schaut auf dem System nach, ist es ein Debian, ist es ein Red Hat, ist es sonst was und dieser Install-Befehl zum Beispiel verwendet dann halt abget oder yum und was es sonst noch so alles gibt. Anschauen, wenn man in der Kommandozeile dann ist, was es für Tasks in seinem Rex-File gibt, kann man mit Rex minus groß T, das zeigt einem die Tasks an, ausführen kann man das Ganze mittels Rex Prepare, also Rex Task Name und dann fängt er halt an, sich auf die Server einzuloggen und das Ganze auszuführen. Kurzer Abstecher, was kann Rex alles machen, also zum einen mal Befehle ausführen, mit dem Befehl Run, Uptime, das gibt einem die Ausgabe zurück und kann dann entsprechend darauf weiterarbeiten, man kann Dateien hochladen, wie gesagt, gibt eine Source an, auch noch eine Gruppe und ein Dateimodus oder ein Change Mode. Man kann auch bei Dateien mit Templates arbeiten, entsprechend Template hochladen, wenn man zum Beispiel eine dynamische Apache-Konfiguration sich generieren will, kann auch Hooks hinterlegen dann, wenn sich diese Datei ändert, dass dann Apache zum Beispiel reloaded werden soll. Templates sehen im Prinzip so aus, kennt man von verschiedenen anderen Implementierungen, wie zum Beispiel ERB, so ähnlich. An sich ist ein Template auch wieder ein Perl-Skript, kann dann entsprechend auch so weiterarbeiten, mit If-Vorschleifen und so weiter und so fort. Man kann ein Paket installieren, man kann mittels dem Install-Befehl, man kann auch schauen, wenn das Operating-System, also das Betriebssystem Debian ist, dann soll es halt Apache 2 heißen, das Paket. Wenn nicht und Default-Wert hinterlegen, dann ist es halt HTTP-D, wie es zum Beispiel bei Retter der Fall ist. Services kann man mitsteuern, starten, stoppen, was man alles machen will. Es gibt verschiedene File-System-Funktionalitäten, im Prinzip könnt ihr euch das alles auf der ReXify-Webseite anschauen, in der API-Dokumentation, da ist alles dokumentiert. So, das war unser Task von vorhin und man stellt sich, wenn man dann mehrere Server verwalten will, ist es ein bisschen doof, wenn man die ganzen Server in der Liste hinter einem Task angeben muss. Das heißt, ReX hat die Möglichkeit, Gruppen zu definieren und man dann sagen kann, okay, ich habe jetzt eine Gruppe Frontend, ich habe eine Gruppe Mittelwehr und da sind halt entsprechend die und die Server drin. Und das Ganze sieht dann so aus, das kann man dann bei einem Task entsprechend angeben, sagt, okay, dieser Task soll auf der Gruppe Frontend, Mittelwehr und so weiter und sofort alles laufen. Wenn man so mit dem Ding arbeitet, dann entwickeln sich immer mehr Skripte und irgendwann fragt man sich vielleicht, wie kann ich denn eigentlich meine Skripte jetzt mit Kollegen teilen, wenn man arbeitet vielleicht in einer größeren Firma, die verschiedene Abteilungen hat, die eine sind für das Basis das Thema sich zuständig, die anderen für welche, die einfach die Web-Server konfigurieren und so weiter und so fort. Und da gibt es die Möglichkeit mittels dem Rexify-Befehl an sich, also es gibt zwei Befehle, einmal Rex, damit führt man die Sachen aus, die in einem Task sind und der Befehl Rexify, das ist einfach so ein Helper-Programm, ein Hilfsprogramm, mit dem kann man neue Module erstellen, das erstellt einem dann eine gewisse Verzeichnisstruktur oder ein neues Rex-Projekt erstellen, was einem wiederum eine Verzeichnisstruktur erstellt. Und hier sehen wir, der erstellt uns jetzt ein NTP-Modul, der erstellt das Verzeichnis lib-NTP und da drin zwei Dateien, die Meta-YAML, die kann man erst mal vergessen, die braucht man eigentlich nur, wenn man das Modul auf Modules Rexify-Ark zur Verfügung stellen will, da stehen dann Abhängigkeiten zu anderen Perl-Modulen drin oder Abhängigkeiten zu anderen Rex-Modulen. Die interessante Datei ist eigentlich die unterstrich unterstrich module-pm. Dieser Rexify-Befehl an sich, der erstellt einem so ein Beispiel-Modul, das Ganze ist ein ganz normales Perl-Modul, fängt an mit Package-NTP und da kann man dann wieder ganz normal mit seinen Tasks arbeiten. Was wir dann machen müssen, um jetzt aus unserem kleinen NTP-Task ein NTP-Modul zu machen, ist, wir kopieren einfach den Prepare-Task, den wir vorhin im Rex-File hatten, in das Modul rüber und entfernen noch die ganzen Informationen, auf welchen Systemen der ausgeführt werden soll. Kann man da drin auch machen, brauchen wir prinzipiell da aber nicht. Es soll ja auch auf anderen Systemen einsetzbar sein. In unserem Rex-File inkludieren wir dann das NTP-Modul einfach mit dem Befehl include. Was ist der Unterschied zwischen include und use? Wenn man das Ganze mit use einbindet, dann würde in der Übersicht, wenn man sagt Rex minus groß T, würden auch die Tasks aufgelistet werden, die in diesem NTP-Modul drin sind. Wenn man das nicht will, nimmt man include. Unseren Prepare-Task an sich ergänzen wir dann oder ersetzen wir dann einfach nur durch den Aufruf NTP Doppelpunkt Doppelpunkt Prepare. Die ganzen Tasks, die erstellt werden, werden auch automatisch als Perl-Funktion registriert. Deswegen kann man es einfach so aufrufen. Die Tasks werden nicht als Funktion registriert, wenn es unmögliche Charaktere enthalten, wie Leertasten oder Bindestrich oder sonst was, wenn es halt einfach nicht geht. Vorhin habe ich kurz von einer CMDB gesprochen. Eine CMDB ist dann sinnvoll, wenn man Konfigurationsdaten von dem Code trennen will. Also zum Beispiel, welche virtuellen Hosts habe ich in einem Apache? Das hat man normalerweise in einer CMDB. Aber den Code, wie ich jetzt das System installieren muss, dass da mein Apache drauf ist, dass die Konfigurationsdatei hingelegt wird, das ist Code. Und wenn ich das getrennt habe, dann kann ich einfach in so einer CMDB weitere V-Hosts hinzufügen, ohne dass ich mein Code ändern muss. Weil jede Codeänderung kann auch Fehler beinhalten. Es gibt dieses Standard-CMDB-Modul von Rex, das baut auf YAML-Dateien auf, kann man sich einbinden über use-rex-cmdb und dann kann man noch entsprechend die Parameter setzen, wo Rex diese YAML-Dateien zu suchen hat. Welche YAML-Dateien, der da durchgeht, ist dokumentiert. Man kann verschiedene YAML-Dateien für verschiedene Umgebungen zum Beispiel verwenden. Rex schaut auch nach, ob für den speziellen Server, wo er sich gerade einloggt, eine eigene YAML-Datei zur Verfügung steht, um sich da dann Daten für den rauszuziehen. So eine Datei kann dann ungefähr so aussehen. Hier wird einfach nur definiert, okay, ich habe verschiedene Cluster, einen Datenbank-Cluster mit verschiedenen Mastern, verschiedene Slaves und einen Frontend-Cluster. Und wenn man jetzt schon so eine CMDB hat, dann stellt sich auch die Frage, gut, warum habe ich dann hier noch Gruppen, wo hart drinsteht, welche Server jetzt in welcher Gruppe sind. Das kann man sich natürlich dann auch alles aus der CMDB rausziehen. Wie gesagt, das REX-File ist ein ganz normales Perl-Skript. Ob man da jetzt Flat-File, so eine YAML-CMDB anbindet, ob man das Ganze an OTRS anbindet oder an irgendeinem Verbosi vielleicht unter Umständen, das ist einem komplett frei überlassen. Genau, und der Vortrag geht ja zum einmal über Orchestrieren mit REX und über dynamisches Provisionieren von Server-Systemen. Zum einen, was wir brauchen, ist ein Tool zur Server-Professionierung, da haben wir gerade drüber gesprochen und dann stellt sich die Frage, haben wir Bermittel-Deployment oder haben wir einen Virtual Machine-Manager und in dem Beispiel gehe ich auf ein Projekt ein, wo wir das mit VMs gemacht haben, in dem Fall dann auch mit Open Nebula. Open Nebula deswegen, weil es ist zum einen Mal sehr leichtgewichtig, Man kann es mit Hooks sehr gut modifizieren oder an seine eigenen Bedürfnisse anpassen, ohne dass man tief in die Interna von Open Nebula eigentlich rein muss und es hat eine richtig schöne API, wo man so eine RPC-XML-Stelle, wo man sich sehr schön daran anbinden kann. Was man dazu noch braucht, ist natürlich ein Performance-Monitoring, damit man genau sieht, zu welchem Zeitpunkt jetzt meine Anwendung langsam wird und ich automatisiert weitere Systeme dazustellen muss. Man muss da natürlich auch seine Anwendung genau kennen, damit man weiß, okay, wenn jetzt die Load bei den Frontends hochgeht, dann kann ich da weitere Frontends dazustellen, aber es kann natürlich auch sein, wenn bei den Frontends die Load hochgeht, dass es gar nicht an den Frontends liegt, sondern vielleicht, weil eine Datenbank gerade zu langsam antwortet, dann ist natürlich weitere Frontends dazustellen ein bisschen kontraproduktiv, weil dann ist die Datenbank noch mehr unter Feuer. Also da muss man seine Anwendung ganz genau kennen. Für das Performance Monitoring nehmen wir üblicherweise Zabbix, das ist ein ganz nettes Monitoring-Tool, was vor allem in dem Bereich mit der Auto-Discovery und da erkennst dann automatisch anhand von Kriterien, ob neue Systeme dazugekommen sind. Das scannt dann in einem gewissen Intervall das Netz ab und sieht, da ist ein neues System, das heißt zum Beispiel FE10 und damit weiß es, FE ist ein Frontend und dem muss ich jetzt die Checks für die Frontends hinterlegen. Das merkt auch, wenn ein System zum Beispiel nicht mehr da ist, weil es deprofessioniert worden ist, weil man es gerade nicht mehr braucht, kann man Regeln definieren, wann Zabix das System dann aus dem Monitoring rausnehmen soll. Wie funktioniert jetzt zum Beispiel, also das ist jetzt ein Beispiel, wie man ein neues Frontend dazustellen kann. Der Task ist im Prinzip der gleiche von vorhin mit ein paar mehr Modulen jetzt drin. Der ganze Task heißt Frontend Prepare und würde auf der Gruppe Frontend ausgeführt werden. zuallererst mal wird das NTP-Modul von uns von vorhin aufgerufen, damit ein NTP auf dem System drauf ist, dann würde noch ein Apache installiert werden, dieses Modul sieht ungefähr genauso aus. Genau. Das Apache Modul wird genauso aussehen. Also wenn man jetzt ein weiteres System hat und man will einfach nur diesen Task ausführen, dann kann man das Ganze auch mit dem Befehl Rex-H Server-Name, Task-Name aufrufen, dann würde der Task nur speziell auf diesem System ausgeführt werden. Nachdem der Apache drauf ist, muss natürlich auch irgendwie die Software von uns auf das System drauf kommen und beim Deployment ist es wichtig, das ist die Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe, dass man so wenig Schritte wie möglich beim Deployment ausführt, weil sonst kann einem unter Umständen das hier passieren. Bei vielen Software Projekten ist es so, wenn die deployed werden, dann müssen noch irgendwelche JavaScripts komprimiert werden, irgendwelche CSS komprimiert werden, irgendwelche Libraries nachinstalliert werden durch Composer, GAM-Bundler oder sonstige Dinge. Und da hat auch bei einem anderen Vortrag schon jemand was darüber erzählt, bei denen war dann halt der RubyGAMS Server weg und dann konnte man nicht mehr deployen. Das ist ein bisschen doof, deswegen so wenig Schritte wie möglich, am besten einfach nur ein dummes Target auf den Server hochladen, entpacken, fertig. Das Ganze kann man dadurch erreichen, dass man sich einen Bildserver erstellt, der einem schon diese ganzen GAMS oder Composer-Sachen oder JavaScript-Komprimierung und so weiter durchführt, da draußen ein Paket baut und genau dieses Paket kann man dann nehmen und auch auf eine Testumgebung deployen und genau dieses Paket kann man dann nehmen, wenn es abgenommen worden ist und es danach live deployen. Man weiß mal, es hat sich definitiv nichts geändert. So ein Deploy-Task könnte dann unter Umständen so aussehen. Dem Task an sich kann man noch eine Version übergeben, wenn man zum Beispiel eine spezielle Version deployed haben möchte oder wenn keiner übergeben ist, dann holt er sich halt die letzte Version, lädt das Target Set auf seinen Server hoch, erstellt ein Verzeichnis, was so heißt wie die Version. Das ist auch recht wichtig oder habe ich schon bei einigen Projekten erlebt, dass die das Deployment immer ins gleiche Verzeichnis reingemacht haben und dann ist es bei manchen PHP Frameworks oft das mal auf die Schnauze gefallen, weil diese Frameworks irgendwelche Cache-Dateien geschrieben haben, die aber mit der neuen Version nicht mehr klar gekommen sind. Deswegen immer ein leeres Verzeichnis nehmen, da reindeployen und später dann nachdem man es entpackt hat, später dann das Dokument dort einfach umlinken, da weiß man man hat einen definierten Stand. Danach wieder aufräumen, das hochgeladene Target Set brauchen wir nicht mehr und damit ist das Frontend Deployed, was dann wichtig ist bei so automatisierten Provisionierung von Systemen natürlich, dass man das Ganze auch testet, bevor man das System live nimmt und den Loadbalancer reinnimmt. Wenn man eine Webseite hat, kann man das wunderbar mit Selenium oder anderen Tools machen, denn das ist eigentlich kein Testen. Das braucht man zwar auch, dass es Leute gibt, die das ganze Ding mal durchklicken, aber für solche Sachen gibt es Selenium und ein paar andere Tools und da kann man aus einem großen Fundus schöpfen und das nehmen, was einen wirklich interessiert. Ich persönlich, wie gesagt, favorisiere das Selenium. Das Schöne ist, es gibt da auch ein Perl-Modul, das kann man dann ganz normal in seinem Deployment Rex Script mit einbinden, mittels Use www.selenium. Kann sich dann das Selenium Objekt erstellen, hat irgendwo in seinem Netz seinen Selenium Server stehen und kann dann entsprechend sagen, mit was für einem Browser das Ganze dann getestet werden soll. Das ist jetzt einfach nur mal ein kleines Beispiel, wie sich Selenium auf einer Webseite einloggt. Das füllt im Prinzip das User und Passwort Feld aus und drückt dann den Login Button und wenn in dem Titelwert, der dann zurückkommt, Login drinsteht, dann wissen wir, okay, hat funktioniert wohl. Die Tests kann man natürlich so stark erweitern, wie man es wirklich braucht. Ist der Test fehlgeschlagen, dann brechen wir die ganze Ausführung einfach mit einem Die ab. Wenn man bei Rex einen Task mittels Die beendet, dann hört einfach die komplette Ausführung auf. Man kann ein Transaction Modul einbinden und kann dann auch Rollback Pfade definieren pro Task und Rex würde dann hergehen und schauen, okay, habe ich einen definierten Rollback Pfad und führe dann entsprechend die Rollback Schritte aus. Gut, wir sind glücklich, die Tests haben funktioniert, das heißt, jetzt können wir das System in den Lob Balancer auch aufnehmen, gibt es ein IPVS Modul, aber vorher müssen wir noch was anderes machen, beziehungsweise wir können es in den Lobalancer aufnehmen, aber bis jetzt haben wir das System ja noch gar nicht, also die VM haben wir ja noch gar nicht, das heißt, da kommt jetzt Open Nebula ins Spiel, wir haben jetzt gerade einfach nur den Task auf einem bestehenden System ausgeführt, ihr erinnert euch an den Rex minus groß H Befehl FE10, aber wir brauchen jetzt erstmal noch Open Nebula, damit eine neue VM für uns erstellt wird, das heißt, wir binden zum einen mal das Cloud Modul ein und sagen dann noch okay, lad mir noch den Cloud Layer für Open Nebula, definieren dann noch ein paar Sachen, wie gesagt, Rex kann mit mehreren Cloud Providern arbeiten, wenn man bei Cloud Service zum Beispiel Amazon reinschreiben würde, dann würde der Code, den wir jetzt gleich sehen, genauso auch mit Amazon funktionieren oder mit GVBOX oder was es sonst noch für Provider geben kann. Man muss dem noch einen User und ein Passwort mitgeben und sagt dann in der Cloud Region auf welchen Open Nebula Server ich machen kann ist man kann sogenannte Hooks definieren im Rex die ausgeführt werden bevor ein Task ausgeführt wird oder nach dem Task ausgeführt wird oder bevor und nach dem und hier braucht man so ein Before Task der sagt okay bevor der Frontend Prepare Task ausgeführt wird muss mir das Open Nebula eine VM zur Verfügung stellen das Ganze prüft ob der Parameter Minus Minus Great angegeben ist wenn ja dann wird es entsprechend gemacht hier wird gesagt okay erstelle mir eine neue Cloud Instanz und zwar mit dem Namen da wird eine spezielle Funktion aufgerufen um Namen zu generieren es wird noch ein Image übergeben Open Nebula an sich baut auf Images auf da kann man dann auch noch so Sachen übergeben wie spezielles VLAN oder andere Sachen was Open Nebula alles unterstützt die Get New Frontend Name Funktion die macht eigentlich nichts anderes wie eine DNS Abfrage grebe dann die entsprechenden E-Records raus grebe die Namen raus weil ich jetzt den Frontend dazu stelle schaue es halt nach okay ich ziehe mir jetzt alle DNS Namen raus die mit FE anfangen und irgendeine Zahl beinhalten ziehe mir dann einfach nur die Zahl raus damit ich es entsprechend danach sortieren kann und gebe dann den größten Wert zum Beispiel FE 05 wenn das mein letztes System wäre zurück zähle dann eins drauf und schon habe ich den neuen Namen für mein System dann muss ich entsprechend warten bis das Open Nebula mir sagt okay hier du hast jetzt ein neues System und das System entsprechend gestattet ist das heißt ich warte bis dem System auf dem System der Portion 22 offen ist damit ich mich per SSH verbinden kann es stellt dann im DNS noch einen entsprechenden neuen Eintrag weil ich habe jetzt ein neues Frontend bekommen sollte auch im DNS bekannt gegeben werden und schreibt dann die Variable Dollar Server Ref das ist eine Referenz auf den Server Namen zu dem sich der Task verbinden würde entsprechend mit der neuen IP um und dementsprechend verbindet sich dann der Task auf das neue zur Verfügung gestellte System das Ganze würde man dann im Subx unter Actions einfach mit diesem Befehl hinterlegen sagt okay bei einer gewissen Action zum Beispiel wenn die Load zu hoch wird für mir Rex Frontend Prepare Create aus und dementsprechend würde das dann getriggert werden wenn ihr das Ganze live sehen wollt wir sind vom Projekt auch auf dem Linux Tag da haben wir einen Stand da kann wir live vor und jetzt bin ich tatsächlich einiges schneller durch wie ich erwartet habe falls ihr jetzt noch Fragen habt gerne her damit ich glaube jetzt gibt es ein eingebautes Staging was verstehst du das Staging naja wenn man sich Capistrano anguckt zum Beispiel da kann man die Tasks auf die einzelnen Stages um nutzen ja genau also man kann Environments definieren und sagt okay ich habe jetzt ein Environment Test Environment Stage Environment Bot und kann dann sagen okay diesen Task führst du nur im Environment Stage aus oder diesen Task nur in Environment Bot oder diese Server Gruppe gibt es nur in diesem Environment und im Environment Stage loggst du dich mit diesem User ein in Bot mit einem anderen so Zeug kann man machen ja das Vorbereiten des Frontends das dort vorher das aufbauen der virtuellen Maschine passiert sehe ich ja nur wenn ich weiß dass es diese Funktion gibt oder gibt es auch die Möglichkeit das andersrum zu machen weil aus dem ersten Code Fragment habe ich jetzt nicht gesehen dass jetzt noch eine virtuelle Maschine erstellt werden muss oder wird das irgendwie besser aufgelöst am Ende du meinst hier an der Stelle oder an welcher Stelle ja also ich sehe das ich sehe ja nur dass before front and prepare dass da dieser Subtast ausgeführt wird genau aber wenn ich jetzt in dem eigentlichen prepare frontend schaue sehe ich nicht die Referenz darauf genau das ist so dieses before frontend prepare ist ein Houg also dieser Code ist genauso auch im Rex-File wie der Task und wenn der Task frontend prepare aufgerufen wird dann schaut Rex nach gibt es Hougs für diesen Task und es ist entsprechend dieser Houg und der wird dann ausgeführt bevor der Task überhaupt ausgeführt wird gibt es da nicht ähnlich wie ich es jetzt von Publet kenne so ein Requires oder muss man das wirklich immer über diese Hougs lösen man kann es auch über ein Require machen also man könnte auch hergehen und diesen Teil zum Beispiel in einen eigenen Task reinpacken und es gibt das den Befehl Needs ist im Prinzip wie das Require bei Puppet und kann dann sagen okay wenn du ausgeführt wirst du brauchst aber diesen Task und dann würde halt dieser Task ausgeführt werden bevor der andere dann weiter läuft Okay Weitere Fragen Du sagst ja dass die ganze Kommunikation mit den Remote Servern oder die ganze Remote Ausführung über SSH laufen würde könnte man das auch durch ein proprietäres Protokoll ersetzen prinzipiell ja das Protokoll ist austauschbar es gibt auch ein HTTP Modus wo dann auf dem Remote System ein HTTP Agent läuft und dann würde das Ganze ohne dass du beim Rex File was ändern musst bis auf eine Zeile in dem du sagst okay deine Verbindung läuft jetzt nicht über SSH sondern über HTTP oder HTTPS über HTTP laufen und das kann man dann entsprechend auch mit proprietären Protokollen verwenden okay danke also zum Beispiel noch kurz um auf die Frage noch was zu sagen aktuell läuft das Ganze über lib SSH2 sprich bei Perlis Modul net SSH2 und da gibt es ein Problem dass das keine Kerberos Authentifizierung unterstützt und da bin ich aktuell dabei net SSH any einzubauen und das kann wiederum auch Open SSH verwenden unten drunter und dann würde auch wieder die Kerberos Schnittstelle funktionieren also es ist austauschbar jo dann hätte ich noch eine Frage inwiefern seht ihr jetzt den konkreten Unterschied zu vergleichbaren Lösungen wie zum Beispiel Puppet so was ist ja was unterscheidet euch grundlegend zu Puppet ja Puppet an sich hat ja ein Agent auf dem System der wiederum zentralen Server anfragt gibt es Änderungen für mich um das auszuführen Rex an sich geht in die andere Richtung Rex pusht die Änderungen hoch was man bei Puppet nicht kann oder zumindest weiß ich nicht dass man das kann so Sachen wie zum Beispiel MySQL Master Slave aufsetzen wenn ich schon einen Master habe der am Laufen ist und ich setze einen weiteren Slave dazu dann muss ich mir die Master Position rausziehen oder die Binlog Position ich weiß nicht ob man das bei Puppet so einfach machen kann genau richtig genau dann müsste der sich halt per SSH auf den Master einloggen können gut ja war das war